ja wo ist der zweite kuperpanzer schlecht ja warum nimmt sich einfach den pilz im pilz hätte sie auch nehmen können da wieso wurde für der andere war oder kuperpanzer den könnte er auch könnte sie auch nehmen aber nein ja sie macht mal was richtig geil regelbogen blume okay es hat noch für eine blume gereicht naja gut okay geht wieder in die hand ja jetzt stehst du darum firma oder wie man weiß es nicht mal munkel zu okay aktueller stand ich bin zweiter das kotze mich an war ich wollte gleich noch einen stern haben nein du hast es nicht verdient du hast es nicht verdient nicht noch einer er bringt auch deine faust nix ja es läuft hervorragend für mich nicht schuldigung okay wir sind dran das ist schön so eine zähne dass man nichts ist okay ich werde gern laufen und warte mal ganz kurz ich kann nicht pausieren mal das ist schlecht naja gut dann mach ich jetzt noch mal kurz bausieren also bis gleich leute so und da bin ich auch schon wieder komplett ausgerüstet und wir können greifen ja kapschen und wieder rufen natürlich okay ich würde sagen wir starten einfach mal bausieren masse und wie müssen wir sie diesmal von starten oh gott okay also im prinzip gar nicht so schwer man muss einfach nur dass hier so runter so so ja das kann eigentlich so lassen ja ich würde da nichts mehr machen das sieht so komplett farbehaft aus so sollte bose auch wirklich aussehen anders sollte er gar nicht sein oh ja 96 okay das war krank oh man 96 punkte von 100 naja sah ja schon mal nicht schlecht aus ja ja okay na gut dann machen wir mal weiter und daten gespeichert die letzten zehn runden oh mann das ist ja nicht schlecht und bose ausfeld meine herren peach will zwischen hier muss der ring rein theoretisch passen denn ich muss zugeben wario ist wirklich ein bisschen kräftig vom bauchumfang her naja post gemacht so jetzt kann sie irgendwelche gemassen ziehen oder was tatsache ach jetzt müssen alle nochmal menschen wenn ich mehr als 90 punkte erreicht wird euch boser münzen stehen strengt euch kräftig an ach herrje ach herrje ach herrje da muss ich ja genauso machen wie vorher dann würde ich wieder 96 bekommen und ja leicht hoch so 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 noch du so das muss ja eigentlich ziemlich gut aussehen das sieht sehr passend aus sogar und mann ich hoffe 99 prozent meine herren wenn das mal keine rekord ist 99 prozent das ist doch mal was okay ich brauche mein kleines schlückchen wasser ich hoffe das stört nicht zu sehr mensch das hat gut getan und nein mario unterstehe dich unterstehe dich was auch immer du gerade vor aus unterstehe dich nein 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 ok bis gleich legt mich einfach legt mich einfach du komischer mario als hättest du noch nicht genug meine güte ok 33 minzen ist eine schöne zahl ok er will diese insel einfach nicht verlassen und nein 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 es wird immer schlimmer was auch mal du gerade vor hast mache es nicht nein nein das darf nicht sein nein nicht schon wieder ah nein ok 10 münzen gehen noch dennoch erlaubt da habe ich kein problem mit hier krieg sein 10 münzen wieder ich brauche sie nicht ich bin vollkommen zufrieden mit meinen 23 münzen ja nicht schon wieder nach warum wollen sie jetzt alle diesen trend hinterher rennen das geht doch nicht mario und ok peach und bitte stern abgeben bitte ja geil ja der stern gehört jetzt nicht mehr die schade dass ich jetzt nicht anstatt peach bin ja das wäre schon geil gewesen das wäre richtig nice geworden und ich bin dritter aus wie wie um eine münze bin ich dritter was soll denn das und donkey ist drin bleibt letzter naja was soll man da machen jetzt bin ich zweiter mensch wenn das mal nichts ist gefährlicher seiten das hatten wir glaube ich noch nicht ich bin mir eigentlich ziemlich sicher so die person auf dem seil muss bis über die ziel linie laufen die anderen feuern ihre kanonen mit ab peach muss bewegen mario donkey kong und barrio müssen boot bewegen und kanonen abfeuern naja natürlich achte auf den wind nicht nur die kanonenkugeln können dich aus der balance bringen auch der starke wind kann es okay so wie hat das immer okay mit da na das kann ja heiter werden okay gut das ging schnell ach du heiliger was war das denn also das war eine schnelle runde ja ich hab damit jetzt kein problem ja ich finde es witzig muss man einfach mal sagen so kann jetzt mal der stern auf die andere seite bitte dankeschön ich wette wenn ich jetzt die seite wechseln würde dann wenn ihm wieder würde tod wieder auf die anderen sie wollen und ein untersteht ich mach nichts falsches nach nichts falsches okay das ist gut ich mag dich ja so was ist immer viel besser ich habe schon ordentlich was abgezogen okay ich bin der erste endlich ich habe es geschafft ich bin der hörer dieser welt und auch nicht und oh mein gott er hat einen pilz bekommen los wirfende zwei wir für eine zweite eine zwei wäre viel besser gewesen aber okay was soll man denn auch machen na egal nee du wolltest auch nicht na toll wie die alle einfach nicht voll wollen dass das war dass der auf die andere seite kommt hättest du dich ein zweiter machen können naja wenn du nächstens 11 11 wird auch schön gewesen 11 dass wir auch gewesen boxen haufen wahnsinn ja der wahnsinn so zerschmettere den stapel von blöcken und sammle die darin versteckten münzen auf bewegen angreifen und stampfattacke springen in den berghaus blöcken sind einige blöcke versteckt die sich zurückstoßen wenn du die zerschmettern willst ja okay das hat mich mal und wenn ihr euch wundert warum hier mal kurz vor den mini spielen hier so eine cutscene zählt ja das ist weil ich ja ich nutze es um hier mal ein bisschen auszuhusten damit ihr nicht die ganze zeit dieses gehöchel und gehuste ertragen müsst ja und ich nutze die cutzins immer beziehungsweise den cut sind da keine cutzins von den cut aus und auszusten ja und nein ich bin zweiter wario lass dein bad nicht hängen wir werden schon noch erster wir werden schon noch schaffen nein nur 22 wer es gewesen oder oder ja ja aber noch ist es nicht ausgestanden denn es kann immer noch alles schief gehen aber es wird nicht gehen ich glaube ich glaube fest daran wario bald kann ein bad wieder aufrecht stehen dann hast du wieder stolz und bad oh ja es gibt nichts wichtigeres als einen stolzen bad und wehe mario du gehst aufs falsche feld dann hast du dich aufs falsche pferd gesetzt ja ja nein nein ein glück ok jetzt leckt mich alle an meinem ich mache jetzt hier den sterben ja gut du hast genug münze um ein stern zu kaufen möchtest du einen natürlich werde ich 20 15 hier ist ein stern ja i likes es da war bei mir ist alles zwei bis auf der platz der ist bei mir eins juhu solange die stude dort sind kann der joshi nicht so zu seinem freund hinüber das ist sehr traurig oh ja das ist wirklich traurig muss gleich heute leider können wir ihn nicht retten er wird auf ewig dort bleiben müssen es sei denn die hubschrauber von der navy kommen oder nicht pilz durcheinander wie hieß das pilz durcheinander ok das ist geil das ist wirklich geil das eine meiner lieblings mini games hier in diesem spiel bewege dich geschwind zur plattform mit der farbe von tods flagge bist du so lange bist du zu lang ich kann nicht mehr lesen bist du zu langsam versinkt die plattform meine güte es tut sie auch so aber wenn man halt da drauf bleibt dann ja hat man arschkarte okay wir können alles machen bis auf schlagen na gut für eine stampfattacke aus um die mitspieler ausgewählt zu setzen erwischt du sie sind sie bewegungsunfähig ich wollte das führungsunfähig sagen aber das passt irgendwie nicht ganz okay aber das wäre ich nicht mache ich werde einfach darauf achten was der tod zu sagen hat um mich immer in die mitte stellen weil in der mitte ist es mal am besten so ja weil in der mitte da ist man am nächsten am nächsten feld dort seht ihr die plattform verschwinden alle das ist halt besser wo nicht zu weit so und hellblau aber ja das ist ein tod gewesen mario haha so und gehst du mal wieder hoch danke so und ja da unten so pitch weg dich nein in den eigenen tod gestampft wenn das man nichts ist ja wie gesagt geistes mini spiel glaube ich ich weiß nicht aber meines erachtens ist es das geilste ja ja so daten gespeichert und die studie sind immer noch da was soll joshi tun könnte einfach an den studium vorbeischauen ich meine was ist auch so schlimm oder für joshi fliegt darüber meine güte können auch so ein so ein strampler in der luft machen ich meine dazu sind ja auch fähig so mario der passt der ring doch hier steht er noch gut spüre den regen spüren nein mario ist zu dick dafür 30 münz muss erzahlen jaja mario leidet jetzt ganz schön das finde ich sehr gut und nein und da steht ich doch bitte obwohl nein peach hat mehr münzen nein warum mich peach hat doch viel mehr münzen das heißt da hat er eine höhere chance viele münzen abzugreifen als bei mir ok wie ist er hattest du peach hier da sonst was gemacht dann nun so pipa und tralala und quetsche popo nein oh mein gott dringend die aufnahme hier beenden weil sonst kommen hier noch sonst was für kommentare von mir naja aber naja es sind ja nicht mehr viele runden wo man nicht kann ich mal gleich nachgucken auf 14 runde naja ist ja nicht mehr lange und nein ja das ist natürlich sehr schlecht hallo browser wir kennen uns noch nicht okay man toddy witzig ich bin nicht mal hier entscheiden wo du hin willst ihr könnt immer sesshaft bleiben ein glück bin ich schon hier vorbei an dir ja ja das will ich aber überlegen ob ich jetzt nun die seite wechseln oder nicht ich bin mir da ziemlich unsicher 41 münzen ist auch schon mal was ich könnte einiges an zoll bezahlen die taucher das schaffe ich diese mission kann ich super meistern solange ich nicht mit mario im team bin und das bin ich hoffentlich auch nicht bild teams blablabla barrio und donkey kong okay zum einholen drehen okay jetzt müssen wir drehen dreh 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 ja gedreht das super los mario verrecke verrecke elendig los 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 nein sie haben sie haben es geschafft dürfen nicht so gut sein los piech streng ich mal an ok ok ich will ich nicht festhalten so und los war los lauf los springen die schwimmen los genau jetzt habe ich raus jetzt habe ich es raus